DW Deutschlernen mit Nachrichten Donnerstag, 14. Dezember 2023, 9 Uhr in Deutschland. EU gibt 10 Milliarden Euro für Ungarn frei. Die EU-Kommission hat gut 10 Milliarden Euro für Ungarn freigegeben. Die Summe war wegen Mängeln bei der Rechtsstaatlichkeit Ungarns eingefroren. Nun hieß es in Brüssel, das Land habe die verlangten Maßnahmen für die Unabhängigkeit seiner Justiz umgesetzt. Mit Spannung wird nun erwartet, ob sich die Freigabe der Gelder auf die Haltung Ungarns beim bevorstehenden EU-Gipfel auswirken wird. Bei dem Treffen in Brüssel wollen die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union über den Start von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine entscheiden. Ungarns Regierungschef Viktor Orban blockiert die Pläne bisher. Armenien und Aserbaidschan tauschen Kriegsgefangene aus. Mit dem Austausch von Kriegsgefangenen haben Armenien und Aserbaidschan ihre politische Annäherung vorangebracht. 32 armenische Soldaten und zwei aserbaidschanische Soldaten kehrten nach offiziellen Angaben in ihre Heimat zurück. Zwischen beiden Ländern hatte es wiederholt Kämpfe um die von Armeniern bewohnte Region Bergkarabach in Aserbaidschan gegeben. Im September erlangte Aserbaidschan mit einem Großangriff die Kontrolle über das Gebiet. Im November erklärten beide Seiten, man habe sich auf Grundsätze eines Friedensvertrages geeinigt. US-Republikaner forcieren Ermittlungen gegen Biden Die Republikaner im US-Repräsentantenhaus treiben die Ermittlungen zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Joe Biden voran. Die Parlamentskammer stimmte mit der Mehrheit der Republikaner am Mittwoch dafür, die Ermittlungen zu formalisieren. Dabei handelt es sich um einen technischen Schritt. Ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Demokraten Biden wird damit nicht eröffnet. Die Republikaner verdächtigen Biden auf unzulässige Weise, Vorteile aus den Entscheidungen während seiner Zeit als Vizepräsident von 2009 bis 2017 gezogen zu haben. Im Fokus stehen dabei Geschäfte seines Sohnes Hunter Biden. Bundestag stimmt über elektronische Patientenakte und E-Rezept ab. Der Bundestag will an diesem Donnerstag den Weg für eine weitreichende Digitalisierung des Gesundheitswesens freimachen. Das Parlament wird unter anderem über die Einrichtung der elektronischen Patientenakte, EPA, für alle und die Durchsetzung des E-Rezepts als verbindlicher Standard entscheiden. Die bereits existierende Patientenakte soll ab Januar 2025 standardmäßig zur Verfügung stehen. Hier werden Medikationsübersichten, Arztbriefe sowie Röntgen- und Laborbefunde digital gespeichert. Die flächendeckende Einführung des elektronischen Rezepts ist bereits für kommendes Jahr vorgesehen. Die Bundesregierung will gegen die zunehmende Vereinsamung und soziale Isolation von Menschen in Deutschland vorgehen. Das Kabinett beschloss die sogenannte Einsamkeitsstrategie von Familienministerin Lisa Paus. Demnach soll die Öffentlichkeit mit einer Kampagne zu dem Thema sensibilisiert werden. Zudem soll die Forschung zu den gesundheitlichen, gesellschaftlichen und politischen Auswirkungen von Einsamkeit gefördert werden. Als weitere geplante Maßnahme wird ein sogenanntes Einsamkeitsbarometer genannt, mit dem das Ausmaß und die Verbreitung von Einsamkeit erhoben werden soll. Barbie-Regisseurin Gervig leitet Jury in Cannes. Die US-Regisseurin Greta Gervig wird beim Filmfestival von Cannes 2024 die Jury leiten. Das gaben die Organisatoren an der südfranzösischen Côte d'Azur bekannt. Die 40-jährige Gervig wird als Jurypräsidentin auf den schwedischen Regisseur Ruben Östlund folgen, der im vergangenen Mai die Jury geleitet hatte. Sie hatte mit der feministischen Satire Barbie über die menschgewordene Kultpuppe einen riesigen Sommerhit gedreht. Der Spielfilm war am Montag in neun Kategorien für die Golden Globes nominiert worden. Im kommenden Jahr findet das Filmfestival von Cannes vom 14. bis 25. Mai statt. Soweit die Meldungen vom 14.12.2023.